Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und heute zeige ich euch mal, wie man in die Villa von Michael kommt, also der Michael aus dem Story-Modus und wie man da reinkommt in Online-Modus, im freien Modus, also nicht in einem Deathmatch oder so. Dafür geht ihr einfach mal auf Jobs, auf Gegner-Modus und dann sucht ihr euch, jede Kugel zählt, heißt es glaube ich, die erste Version davon, also jede Kugel zählt eins. Und dann startet ihr das und wartet halt, bis es gestartet hat. So hat es dann gestartet, spielt es einfach zu Ende und wartet, bis ihr wieder gespawned seid. So, seid ihr dann gespawned, müsst ihr zu Michaels Haus gehen. Ich zeige euch gleich nochmal die Location, falls ihr nicht mehr wisst, wo das ist. Es ist aber in der Nähe vom Eclipse Tower, das kann ich euch schon mal sagen. Wenn ihr denn da seid, braucht ihr entweder ein hohes Auto, also ein richtig hohes Auto, nicht nur so ein Brawler, wie ich ihn hatte, sondern ein richtig hohes Auto oder ein Helikopter. Ich habe jetzt hier einfach mal den Buzzard angefordert und hier sehen wir uns nochmal die Location, falls ihr nicht mehr wisst, wo Michaels Haus ist. Wenn dann der Buzzard oder, ja, super hohes Fahrzeug da ist, also ihr dürft übrigens nicht die Lobby wechseln, sonst geht der ganze Glitch nicht, einfach wenn ihr gespawned seid, in der Lobby bleiben. So, dann könnt ihr einfach den Helikopter nehmen und fährt, beziehungsweise fliegt, je nachdem, was ihr habt, zu diesem Dach hier, wo man ein Auto drunter stellen kann. Ich glaube, in der Story ist da immer so ein gelber Mini drunter. So, dann stellt ihr den Buzzard da hin und wenn ihr einen Bus habt oder so, dann geht ihr einfach drunter und klettert hoch. Ihr müsst einfach hier hochkommen. So, und dann ist hier, wie ihr schon seht, einfach das Fenster offen, wie in der Story. Und da könnt ihr einfach reingehen und ihr seid in Michaels Haus. Ihr könnt aber jetzt leider nicht mehr durch den Haupteingang rausgehen. Und, ja, eure Freunde können auch ganz normal in, also hier reinkommen. Ihr macht sozusagen die Lobby, bei der ganzen Lobby das Fenster auf da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ciao. Bis dahin, haut rein, 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 haut Untertitelung des ZDF, 2020